Moin, dieses Video geht ganz speziell an die Leute, die UCC betreiben, ob bei uns oder als Online-Kurs. In diesem Sparingsvideo seht ihr mal die ganzen Sachen in der Anwendung. Ich hoffe, das bringt euch weiter. Habt Spaß, UCC Vollgas. Kuck. Kuck. Haha, du sagst. Kuck. 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 UCK. Kuck. Ja, ich mache es jetzt. Wow, ich mache es jetzt. Ich mache es jetzt. Ich mache es jetzt schon wieder. Boah, aber geil. Ein Kurzinterview zum Spar-Game. Das hat doch wieder Spaß gemacht, oder nicht? Wunderbar. Anders lernt man das nicht. Erst wenn man wirklich richtig unter Druck gesetzt wird und man wirklich überleben muss und intuitiv kämpfen muss, dann merkt man seine eigenen Fehler. Und merkt man, welche Entwicklungsmöglichkeiten nach oben überhaupt da sind. Genau, und ich meine, das sieht ja immer so nix aus. Wir haben auch wirklich locker gemacht. Trotzdem hat das natürlich schon eine gewisse Härte. Man sieht hier ein Feilchen und da die Nase. Und ich habe ja auch irgendwo eine Beule oder eine zweite. Aber scheißegal. Das ist so vorm richtigen Geballern noch eine gute Station. Und so lernt man das halt. Aber es sollte ja immer noch Technik sparen sein. Aber ja, alles trotzdem kontrolliert, Sensei. Aber trotzdem, wenn die Schläge halt präzise kommen aus der Bewegung, tut das natürlich weh. Und man muss ja auch den Schmerz spüren, damit man nicht kollabiert. Und richtig geballert sieht nochmal ganz anders aus. Ja, genau. Gut. Danke.